. . . . . . . . Suchen Sie was Bestimmtes? Ja, Kosmetika. Wie bitte? Na, Kosmetika. Führen Sie Kosmetikartikel in Ihrem Laden! Das sieht aus wie ein Drogeriemarkt? Ich würde sagen, nein! Naja, es steht ja draußen nicht dran, dass das kein Drogeriemarkt ist! Wie bitte? Ich habe zumindest kein Schild gesehen auf dem steht, Wir sind kein Drogeriemarkt. Mann, wir sind kein Drogeriemarkt! Wäre doch ein simpler und kundenfreundlicher Hinweis gewesen! Oder nicht? Ich sag nur Servicewüste! Na ja, irgendwie hast du ja schon recht. Das eine Stelle hätte ich jetzt auch mal aufstellen können.